Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 6.9. Wir sind an einem halb ausgetrockneten See gestern gelandet und waren hier ganz alleine. Es war wirklich wunderschön, ruhig, es war angenehm. Das Wasser war schlammig und ein bisschen warm, aber wir konnten uns waschen trotz alledem. Das war es, ja. Und ja, heute geht es weiter Richtung Chaleis. Es wird wahrscheinlich wieder nicht richtig ausgesprochen sein, aber es macht nichts. Wir haben es noch 69 Kilometer bis zu diesem Fluss, also der Bordeaux-Fluss, der durchschließt, habe ich schon wieder vergessen, ist ja auch egal. Wir haben gestern nochmal geguckt, da wir ja auch die Wanderdüne und den Fluss überqueren müssen, müssen wir wahrscheinlich durch Bordeaux. Also haben wir gar keine Wahl, weil da die einzigsten Brücken sind, die wir halt benutzen können mit Fahrrad. Also heißt es dann doch nach Bordeaux fahren. Wir wollten eigentlich die Stadt meinen, weil die sehr, sehr groß ist und das wird für unser Jepäck immer sehr anstrengend. Nichtsdestotrotz ist egal, es ist eine schöne Stadt, fahren wir halt da durch. Wir wollen ja dahinter auch die Wanderdüne mitnehmen. Also tun wir uns das an, ist egal. Wird also interessant, die nächsten Tage werden wir wieder viele tolle Eindrücke haben. Ja, ich muss mich nochmal ein bisschen kleiner machen, sonst ist mein Schatzi nicht drauf. Wir werden natürlich die nächsten Tage viele tolle Eindrücke haben, wenn wir durch Bordeaux fahren, ist natürlich auch ein paar Sehenswürdigkeiten, die wir vielleicht dann noch mitnehmen dürfen, je nach Zeitlage, weil wir müssen ja immer ab einer gewissen Zeit einen Schlafplatz suchen, sonst haben wir halt ein paar Probleme. Aber nichtsdestotrotz, wir werden natürlich gucken, dass wir euch tolle Eindrücke machen und wir freuen uns auf die Wanderdüne. Wir freuen uns definitiv dann auf das große Meer, weil das haben wir auf Reisen ja noch nicht so oft gesehen. Also jedenfalls nicht hier jetzt, wo wir sind. In Frankreich waren wir noch nicht am Wasser. Und ja, das steht dann so die nächsten Tage an. Wir haben, wie gesagt, bis Bordeaux sind es, glaube ich, noch 70, 80 Kilometer. Das ist also in zwei Tagen gut machbar. Wir müssen aber so gucken, dass wir dann halt tagsüber sehr früh Richtung, also in der Nähe von Bordeaux sind, dass wir dann da durchkommen und dahinter schon wieder einen Schlafplatz irgendwo in die Möglichkeit haben. Weil wir können ja dann nicht den ganzen Tag irgendwie da rumdeichseln. Wir müssen ja auch gucken, dass wir dann immer noch ein Stückchen weiterkommen und unseren Schlafplatz haben, da wir ja nicht im Hotel schlafen oder in der Stadt unser Zelt aufschlagen können. Ja, ja, das ist halt immer ein bisschen, deswegen haben wir immer so ein kleines bisschen Zeitmanagement, auch wenn wir gerne mehr Sightseeing machen würden. Wir würden auch gerne mal die Städte bei Nacht sehen. Aber dafür müssen wir halt irgendwo, wenn wir eine Unterkunft haben und die haben wir ja nicht. Wir haben ja nur ein Zelt und bis jetzt reicht uns das auch. Also wir schauen mal, was wir heute machen. Heute heißt es erstmal 30 Kilometer fahren, jetzt auf dem Vormittag, damit ja die Hitze ein bisschen aus dem Weg gehen. Also ich habe jetzt erstmal so eine Strecke von 30 Kilometer angepeilt und unterwegs können wir uns hoffentlich abkühlen diesmal. Da haben wir überqueren ein paar Flüsse und kommen auch an einigen Seen vorbei. Wir gucken mal, ob wir da rankommen, ob wir uns da abkühlen können und erfrischen können. Weil, wie gesagt, viele Seen hier in Frankreich privatisiert sind und abgesperrt sind. Er ist, der See hier ist eine Ausnahme, so wie es ist. Der war mir sehr dankbar darüber, dass wir den gestern noch gefunden haben. Und gestern hat man ja nur 30 Kilometer ungefähr gemacht, glaube ich, um den Dreh. Aber es hat auch gereicht. Das war, wir waren wirklich sehr erschöpft gestern noch. Und ja, viele Höhenmeter. Viele Höhenmeter, ja. Es ist natürlich für uns eine, da kommt ja in der erste Gang wie der letzte vor. Und das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Also wir hätten gerne noch ein paar leichtere Gänge, die uns dann in so einer Art Turbo-Gang, keine Ahnung, als erster Gang, aber wirklich in der erste Gang schon vorkommen wie der letzte. Das ist wirklich steil und schwer. Ja, aber egal. Wir sind auf Radreise, um was zu erleben und unser Leben noch einmal leben zu dürfen, um tolle Eindrücke in dieser Welt haben zu dürfen, die ja nicht jeder hat in dem Fall, weil er in unserem Hamsterrad-System gefangen ist. Wir haben die Chance genutzt und sind ausgestiegen erst mal und möchten halt diese Welt erkunden. Egal, wie doll es wehtut an den Beinen und an dem Körper und ähnliches. Wir machen es. Wir sind dabei und bekämpfen uns Stück für Stück voran. Jeden Meter, jeden Zentimeter mit Fahrrad. Es ist wirklich toll. Und nehmen euch natürlich, soweit es möglich ist, mit. Also wünsche mir erst mal allen Frühaufstehern. Wir sind ja schon eine Weile wach, aber wir können jetzt erst das Video machen, wo es jetzt erst hell wird. Wir haben jetzt so halb acht oder so. Oh, mein Schatzi, Omi rennt beinahe. Und wünsche mir, wie gesagt, allen Frühaufstehern, allen, die uns begleiten, einen wunderschönen guten Morgen. Bitte lasst einen Kommentar, lasst ein Herz, lasst ein Pünktchen da. Ist egal, was ihr da lasst. Aber lasst irgendwas bitte in diesem Chat unter einem Video da. Macht ein Abo, macht ein Like. Es würde uns wirklich, wirklich helfen. Es gibt nicht viel Geld bei YouTube. Also in euch kostet das immer gar nichts. Aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, mit diesem Kanal irgendwann auch, weil es ja auch unser Leben ist, was wir hier zeigen, auch wenn es nicht das beste Wildmaterial vielleicht oder spannend oder actionreich ist und nicht alles so zusammengeschnitten, wie es manche gerne hätten vielleicht. Aber es sind nur mal Tagesausflüge, die wir machen, auf Deutsch gesagt, die wir halt zeigen. Und wir hoffen, dass wir halt trotz alledem, ja, irgendwann vielleicht doch ein paar Pfennig damit verdienen, wenn wir halt schon so viel von uns preisgeben. Also vielleicht lasst auch einfach ein... Es hilft uns sehr. Lasst einen Punkt, Komma, Herz, Strich, Pferde ist das Mondgesicht. Irgendwas da. Das wäre wirklich sehr, sehr lieb. Es ist eine Art Spende an uns. Wenn ihr das machen würdet, es wäre eine Spende für unsere Reise. Ein Like, ein Kommentar, ein Abo. Dass es weitergehen kann. Dass es weitergehen kann, genau. Also seht es einfach als Spende. Und für euch kostet es ja nichts. Also keinen Cent in dem Falle. Wir grüßen alle, die uns kennen. Uns geht's gut. Wir hoffen, euch auch. Habt eine tolle Zeit. Alle Radfahrenden, alle Fußgänger, Wanderer und ja, alle, die uns kennen. Wir grüßen euch. Dankeschön. Uns geht's gut. Wir werden nachher wieder fleißig schwitzen. Es werden wieder 36 Grad. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid. Einen wunderschönen guten Morgen und einen tollen Start in den Tag. Dankeschön.